Die Jungen Männer sind zwischen 16 und 18 Jahre alt. Komm, Michel! Auf geht's, Michel! Super, Simon! Die Stadt Nr. 2 ist der Michael Uertz, Bodypower zum Weißenstuhl. Die Stadt Nr. 3 ist Simon Silzer, New Fitness World, Pettbeard. Die Stadt Nr. 4 ist Mohamed Bari, Olympic Gym, Regensburg. Die Stadt Nr. 5 ist Anton Tschetschkowski, DLBF, Leistungszentrum. Die Stadt Nr. 6 ist Tim Oliver-Hill, Olympic Gym, Hamburg. Die Stadt Nr. 7 ist Gian Ibrahim, Body Extreme, Rheinland-Pfalz. Die Stadt Nr. 8 ist Leo Miller, Unicide Sports, Hannover. Die Stadt Nr. 9 ist Lukas Schlatteran, Body Shop 3000, Ringside. Die Stadt Nr. 9 ist Lukas Schlatteran. Jetzt übergebe ich das Mikro an den Hauptkampfrichter Enzo König. Sie werden auf die Brust. Vielen Dank, Murat. Wir machen zwei numerische Vergleiche. Bitte die Teilnehmer dazu, um zu dem Hintergrund zurückzutreten. Und da vorne können gleich die Startungen 2, 3, 4 und 5. Zwischen 2, zwischen 3 und 4 die Mitte ungefähr ist. Ein bisschen weiter nach links rüber. Ein bisschen weiter rüber. Komm, ist die ganze Auge? Nein, nein. Direkt links. Das weiße Dirk. Bisschen zurück. Bisschen zurück. Ein Schritt zurück. Aber das weiße Dirk, wo das weiße Feld ist da. Da ist es genau. Ein bisschen zusammentreten. Ein bisschen Platz machen. Ein bisschen rüber noch. Sagt ihr Platz? Nummer 2, ein bisschen rüber noch. Ich will. Rüber. Jetzt fast. So. Doppelbizeps. Auf geht's! Ein bisschen Arme! Jawohl! Ein bisschen nach vorne. Ein bisschen nach vorne. Ein bisschen weiter schließen. Ein bisschen weiter schließen. Seitliche Brust. Auf jetzt, Michel. Perfekt die Schulter. Woll. Ruf auf. Sehr gut. Nummer 4. Die Pose bitte korrekt einnehmen. Statt Nummer 4. Druck aufs Bein. Ja. Die Pose bitte korrekt. Super. Bisschen. Bisschen. Komm. Komm. Hört auf den Rücken. Michi. Tschüss. Jawohl. Tisslos. Beine anspannen. Aus, rüber. Beine schließen bitte. Seitlich. Beine geschlossen. Geschlossen. Nummer 5. Auf dich, Michel. Mach nochmal. Komm. Seitliche Trizeps pose. Das hintere Bein. Das hintere Bein. Bauch rein. Auf die Brust. Und von vorne Bauch rein. Komm. Ja, bis zum. Auf anfangen, anfangen. Vielen Dank. Bitte zum Hintergrund zurücktreten. Es geht um sechs bis neun nach vorne. Acht und sieben, die weiße Markierung ist. Doppelbizeps. Klapp. Auf die Klapp. Auf die Klapp. Auf die Klapp. Sehr schön. Seitliche Brustpose. Rücken auf sich, Doppelbizeps. Ja, sehr schön. Lattissimus. Beine Binde schließen bei der Lattissimus-Pose. Seitige Trizeps. Und von vorne auch die Beine. Vielen Dank, bitte nach hinten zurücktreten. Wir kommen dazu mit dem ersten Vergleich der Kampfrichter. Nach vorne ist Startnummer 3. Startnummer 5. Startnummer 6. Startnummer 9. Startnummer 7 und auch bitte auf die andere Seite aufschließen. Doppelbizeps. 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 Rückenwertung. Mach dich gleich sehr. Lattissimus. Lattissimus. Beine schließen. Beine schließen. Komplett rumpelt. Mach dich gleich, Simon. Komm. Da geht noch was. Lattissimus. Sehr schön. Seitliche Rizex-Pose. Das hintere Bein. Das hintere Bein. Das hintere Bein. Das hintere Bein. ein bisschen noch mal Pfeil. Sehr gut. Fass immer damit raus. Von vorne, Bauch und Bein. Grünes Mannhoff. Glühm aus. Glühm aus raus. Glühm aus raus. Vielen Dank. Bitte auf die Bühne-Seite zurücktreten. Super. Die restlichen vier Strater nach vorne wickeln. Auf geht's, Mischel. Doppelbizeps. Kommt auf die Beine. Die Beine schließen. Nicht zu ein auseinander. Seitliche Brustpose. Auf den Oberschenkel. Luft raus. Doppelbizeps. Rückensicht. Der Kanzler. Der Kanzler. Der Kanzler. Auf schneller, komm. Druck auf den Rücken. Richtig. Latissimum. Beine geschlossen halten. Schön. Seitliche Brustpose. Der Kanzler. Durchaus. Das hintere Bein. Nummer vier. Das hintere Bein. Das hintere Bein. Herz. Von vorne brauchen Beine. Auf geht's. Auf geht's. Ja, komm. Vielen Dank. Darf noch mal alle Teilnehmer der Kategorie Jugendbodybuilding nach vorne bitten zu einem kurzen Line-up. Die Vorentscheidung der Kategorie Jugendbodybuilding mit der hintere Bühne bereithalten für die Bekannte der Finalisten. Dankeschön. Danke. Hier muss ich noch mal dazu sagen. Die Kanzrichter haben alle Hühneraugen zugebracht. Ihr habt gesehen, einige haben die Posen nicht richtig genommen. Deswegen alle Hühneraugen zugebracht. Aber in Zukunft, Leute, wenn ihr solche Leute habt, dann am besten zu jemanden hingehen, der Wettkampferfahrung hat. Wenn ihr euch keinen Coach leisten könnt, dann kann man das auf YouTube alle Posen sich anschauen. Vielleicht auch mal anschauen, dass man sich anmalen und rasieren muss. Aber gut, okay. Es sind 16, 17-Jährige, die anderen schlafen gerade ihren Rausch aus. Die sind hier auf der Bühne und kämpfen. Deshalb ein riesen Applaus an die Jungs hier. Wenn ihr Leute habt, die Posen nicht nur anziehen müssen. Bitte bitte. Die Posen nicht nur frei. Ich sage ihnen, dass sie sich anmalen müssen und rasieren müssen. Gut.